Hallo und Buenos Dias aus Estepona. Der vierte Teil unserer Mannschaftsvorstellung läuft. Es geht um den Angriff, um die Offensive, um den Sturm. Da haben die Preußen zur Zeit drei Spieler im Angebot und zwar Marcel Reichwein, Roger Krone und Abdenur Amatschaibu. Und alle warten auf den Mr. X, den vierten Stürmer, den die Preußen eventuell noch verpflichten wollen. Die Zeit drängt, es sind nur noch zehn Tage Zeit. Wir schauen uns mal an und sprechen mal mit den Protagonisten mit. Marcel Reichwein, siebenfacher Torschütze in der ersten Serie und mit Roger Krone, der sechs Tore geschossen hat. Wir sehen uns gleich im Hotel. Wir sind im vierten Teil des SC Preußen, im vierten Mannschaftsteil des SC Preußen angelangt, der Sturm. Neben mir sitzen die beiden Männer, die dazugehören. Links von mir Marcel Reichwein, siebenfacher Torschütze in der ersten Serie, im ersten Teil der Saison. Rechts von mir Roger Krone, sechsfacher Torschütze, sieben Tore. Erste Frage an Marcel Reichwein, wie war das Trainingslager bisher? Ja, ich denke, es war ganz gut. Wir haben uns relativ schnell eingefunden. Die Bedingungen waren sehr gut. Wir haben einen sehr guten Platz vorgefunden. Und ja, ich glaube, wir konnten auch einiges einstudieren. Und ja, obwohl der erste Test nicht ganz so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber auch da, denke ich, können wir die Fehler, die wir gemacht haben, rausziehen und es heute besser machen. Zwei Spieler um eine Position des Konkurrenzkampfes, das ist ja fast so wie bei den Torleuten. Wie kommt ihr miteinander klar? Wie ist das Verhältnis untereinander? Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich glaube, so geht es auch nur. Wir wollen als Mannschaft Erfolg haben und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir mal zusammen spielen. Wir haben es ja auch schon in der Hinrunde gemacht. Und ja, das ist einfach, im Fußball ist das so. Und ja, wir versuchen als Mannschaft gut miteinander umzugehen. Roger, die Saison war für dich eigentlich gut. Sechs Tore ist kein schlechter Wert in der dritten Liga. Aber du hast sehr selten von Anbeginn gespielt. Bist du in diesem Trainingslager vielleicht einen Schritt vorangekommen für dich persönlich? Oder wie siehst du deine eigene Situation im Moment? Ja, ob ich vorangekommen bin, weiß ich nicht. Das muss man der Trainer fragen. Aber ich mache mein Ding. Ich versuche das Beste draus zu machen. Und ja, letztendlich entscheidet der Trainer dann, wer von Anfang an spielt. Ihr habt am Anfang der Saison mal mit zwei Spitzen gespielt. Das ist dann in der Aufstellung relativ schnell begradigt worden. Es ist nur ein Platz immer da. Wie hält man sich bei Laune? Oder woher nimmt man dann die Motivation, wenn man weiß, ah, der Reichwein ist, hat vielleicht einen kleinen Vorsprung beim Trainer. Wie bleibt man dann dran an der Sache? Ja, wir haben nicht lange mit zwei Stürmen gespielt natürlich. Das erste Spiel nach Rostock waren wir sofort zur Seite geschoben. Aber normalerweise kommen wir gut miteinander klar. Zählen wir nicht. Und ich denke auch mal, dass wir in der Rückrunde nochmal zusammen auf dem Platz stehen. Die Preußen denken über eine Verpflichtung von einem Spieler noch nach. Soll ein Stürmer sein. Ist das richtig aus deiner Sicht, um vielleicht nochmal ein, zwei Prozentpunkte mehr zu generieren für den Aufstiegskampf? Oder ist das einem Spieler eigentlich gleichgültig oder einerlei? Weil, naja, Spieler werden halt verpflichtet und das gehört halt dazu, Konkurrenzkampf. Ja, dazu gehört es auf jeden Fall. Wir haben auch keine Befugnis darüber zu urteilen. Das entscheiden andere Leute. Und ja, wenn jeder Spieler ist natürlich herzlich willkommen, der uns weiterhilft. Und ja, wir werden sehen. Im Endeffekt ändert das nichts an der Situation. Und ja, wir haben keinen großen Kader. Das sieht man jetzt auch. Fabi Hergesell, der wird jetzt auch wahrscheinlich, so wie es aussieht, eine längere Zeit ausfallen. Erik, sein Fuß ist immer noch nicht so viel besser. Wir werden jeden Spieler brauchen. Und ja, wenn es dann ein Stürmer sein soll, dann ist es ein Stürmer. So, das sind die 13 Tore für Preußen Münster in der Hinrunde. Damit schließen wir jetzt mal unsere Vorstellungen von den Mannschaftsteilen ab. Euch noch viel Spaß im Trainingslager. Es ist ja nur noch ein Tag. Und in zehn Tagen geht es um die Wurst gegen Dresden. Wer spielt von euch beiden? Vielleicht beide. Was meinst du? Beide. Beide. Also Münster spielt 4-4-2 gegen Dresden mit der Doppelspitze Reichwein und Krone. Tschüss. Danke. Danke. Danke.